Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. Februar. Verwaiste Gebäude in der Wetzlarer Altstadt sorgen für Ärger schwerer Autounfall in Leun und Selbstständige klagen über Mangel an Aufträgen. Das und mehr heute für Sie im Podcast. Seit Längerem stehen Verkaufsflächen und Wohnungen in der Sillhöferstraße 5 in der Altstadt von Wetzlar leer. Was wird aus dem verwaisten Gebäude? Diese Frage treibt Familie Staubach um. Mit ihrem Schmuck- und Optikergeschäft grenzen sie direkt an den Leerstand an. Dass sich in dem Nachbarhaus nichts tut, ist für die Wetzlarer Geschäftsleute ein Ärgernis. Nicht nur, weil sich der Leerstand negativ auf das Stadtbild auswirke. Auch für ihr eigenes Haus beklagen sie Schäden. Wenn es stark oder lange regnet, halten Petra Staubach-Triller und ihr Mann Peter Triller die Luft an. Sie hoffen, dass nicht wieder Wasser in ihr Fachwerkhaus eintritt. Denn im Tiefkeller hatten sie bereits einen größeren Wasserschaden zu beklagen. Um seinen Keller wieder trocken zu legen, ließ das Ehepaar die Wand zum Nachbarhaus abdichten. Weil sie die Ursache für den Wasserschaden im Haus Sillhöferstraße 5 sieht, versuchte die Familie, die Sanierungskosten im niedrigen fünfstelligen Bereich gerichtlich von den Eigentümern des leerstehenden Gebäudes einzuklagen. Bisher erfolglos. Die Stadt hat sich eingeschaltet und versucht, mit Eigentümern ins Gespräch zu kommen. Das gestalte sich aber schwierig, auch weil diese nicht in Wetzlar wohnen. Schwerer Unfall in Leuen. Am Samstagabend wollte eine Streife der Polizei Herborn einen 27-jährigen BMW-Fahrer kontrollieren. Doch anstatt den Anweisungen der Polizisten zu folgen, brauste der junge Mann davon, verlor die Kontrolle über seinen Wagen, rammte einen Gitterzaun, die Dachkonstruktion und ein Ausstellungsfahrzeug eines Autohauses und überschlug sich. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei hatte die Streife den BMW zuvor auf der L 3052 im Bereich Ehringshausen anhalten wollen. Doch der 27-Jährige aus Ehringshausen gab Gas und raste davon. Danach habe die Streife das Auto zunächst aus den Augen verloren, berichtet die Polizei. Wenig später stieß sie allerdings in Leuen an der Ecke Wetzlarer Straße Daimlerweg erneut auf den Wagen, der in der Zwischenzeit schwer verunfallt war. Insgesamt entstand ein Schaden von 120.000 Euro. Der 27-Jährige hatte laut Polizei keine Fahrerlaubnis. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe eine Blutentnahme angeordnet, weil der Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Der Bereich der Unfallstelle war für insgesamt etwa drei Stunden teilweise voll gesperrt. Zahlreiche Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Eintracht Frankfurt holte am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ein 2-2-2. Trotz der Niederlage am vergangenen Donnerstag zeigten sich die Fans und das Team voller Energie. Nach nicht einmal zwei Minuten zielte der VfL das erste Tor. Trotz dieses Rückschlags rauften sich die Frankfurter zusammen und holten den Ausgleich in der 14. Spielminute. Direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit kam es zu Fanprotesten aus der Frankfurter Kurve. Massen an Flummis und Tennisbällen wurden auf den Platz geworfen. Dazu wurde ein Banner hochgehalten, Investoren raus aus der DFL. Da kürzlich angekündigt wurde, dass keine Investoren in die Liga einsteigen würden, kamen die Proteste überraschend und richteten sich explizit an die Wolfsburger. Zwei Minuten in der Nachspielzeit schaffte die Eintracht den letzten Ausgleich und erzielte damit das 2-4-2. Fast jeder zweite Selbstständige in Deutschland klagt über einen Mangel an Aufträgen. Auch im Lahn-Dill-Kreis ist die angespannte Stimmung in der Wirtschaft zu spüren. Bereits im vergangenen Herbst hätten Unternehmer in den verschiedensten Branchen auf sinkende Umsätze hingewiesen. Arbeitgeberverbände fordern stärkeres Eingreifen aus der Politik und klarere Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Beispielsweise in puncto Entbürokratisierung und Energie. Die Wochen vor Ostern seien von großer Bedeutung. Jede Entlastung wirkt sich positiv auf die Investitionspläne der Betriebe aus, so Alexander Kunz von der IHK. Das anstehende Vermittlungsverfahren zum Wachstumschancengesetz sei der erste Schritt. Auch die IG Metall betont, die Politik müsse in Gang kommen. Investitionen wären an vielen Stellen sinnvoll. Die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche erneut Streiks angekündigt. Besonders hart wird es aber für Fahrgäste am Freitag. Denn parallel zu den ÖPNV-Warnstreiks organisiert Fridays for Future für Freitag zahlreiche Demonstrationen gegen die Klimakrise. Hier dürfte die Anreise deutlich erschwert sein. An welchen Tagen wo gestreikt wird, wurde bislang nicht flächendeckend bekannt gegeben. Die Gewerkschaft hat jedoch zugesagt, Bürger rechtzeitig vor Beginn der Streiks zu informieren. Also in der Regel 48 Stunden vor Start. In Hessen wurden noch keine Details zu Streiks bekannt gegeben. Es ist damit zu rechnen, dass wie bei vergangenen Aktionen vor allem die Busse in Wiesbaden, die Straßen und U-Bahnen in Frankfurt sowie die Straßenbahn und Busse in Kassel betroffen sind. Nicht betroffen vom Streik ist Darmstadt und die S-Bahnen. In Rheinland-Pfalz sind bereits heute die Beschäftigten der privaten Omnibusbetriebe zum ganztägigen Streik aufgerufen. Hauptsächlich geht es um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Ferdi will vor allem erreichen, dass die Beschäftigten entlastet und die ÖPNV-Berufe attraktiver werden. Sämtliche Verkehrsunternehmen leiden unter anhaltendem Personalmangel. Insbesondere Busfahrer sind schwer zu finden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de. Redaktion und Produktion